Hallo, das zweite Türchen ist fällig. Ich habe heute für euch ein ganz tolles Set von Bellybutton für die werdende Mama mit streifenlos Körperöl und Bodybalsam und einem ganz tollen Duschgel. Also teilt dieses Video bitte und schreibt mir in den Kommentaren, warum ihr gewinnen wollt und dann werde ich euch schon morgen früh sagen, wer gewonnen hat. Also ich drücke euch ganz fest die Daumen und wünsche euch ganz viel Spaß bei meinem Adventskalender. Bis bald. Tschüss.